dann so und dann haben wir noch für die strecke hier und für die städtstrecke okay dann haben wir alles okay ich habe alle okay okay willst du mit lunas katzenkörbchen oder mit fuchsien oder anfang wir müssen sowieso noch fahren wir müssen relativ nur eine fahren also das ist egal wir fahren wir so alle was cooles wir haben viele neue strecken hier hinten also dann nimmst du erst mal nun das katzenkörbchen und ich nehme die fuchsiener road okay dann auch also fahrt beginnen wir das jetzt noch ja mal runden auf rundfahrt ja würde ich sagen so dann nehme ich den urban wei fahrt starten jetzt wird es wieder witzig jetzt gibt es keine rein wer die die fahrt retten kann vor allem wir sind jetzt mehr als pleite ne ja ich hab's gesehen da muss jetzt ein bisschen geld reinkommen geld ausgeben ich glaube wir müssen eh alle stricken einmal fahren dann ja ich bin grad unsicher ja das werde ich mir herausfinden das ist doch lustig bitte echt bitte versucht ein bisschen geld reinzuholen ja danke mal gucken ich brauche eine fahrkarte einzel standard let's go hm 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 hmd hm 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 function hm 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 Stell dir mal vor, du musst hier mit dem Gelenkbus fahren. Das kriegst du doch gar nicht hin. Nö. Nö. Ganz schnell so, nö. Ach, das wird cool. Und Alkohol am Steuer. Juhu. Ähm. Ja. Okay. Schön, schön. Du bist 2,6 Kilometer von mir entfernt. Vielleicht auch gut so manchmal. Wenn wir uns sehen, halten wir dann an? Nein, weil wir müssen hier einen Fahrplan einhalten. Das wird überbewertet. Okay. Warte mal, hast du mich jetzt eigentlich hier in die Stadt geschickt, damit ich nicht fahren muss? Wir wechseln doch gleich eh danach. Ach so, okay. Jeder fährt die Strecke einmal. So, ja, fair bleiben. Ist das allein, der dringend schon nicht, weil einer Geld reinholt und der andere gibt's aus. Ja. 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 Wow. Hilfe. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Warum wird der Chat eigentlich nicht mal kleiner neben mir? Äh. Weiß ich nicht. Ich denk die ganze Zeit, du hast irgendwas geschrieben, aber du schreibst ja nicht. Nee. Einer Aria fährt eine Runde Reinshop 2. Ja. So nett war ja. Ist doch fair. 1,5 Kilometer nur noch getrennt. Oh. Oh. Oh, jetzt ist er schnell weg. Danke, dass du was geschrieben hast. Ah, ich fahr 70. Ist das nicht? Ist das erlaubt? Muss ich hier abbiegen oder muss ich da vorne abbiegen? Da vorne? Ach ja. Vielleicht Mokas wieder, wir sind gleich wieder im Fischgrund. Ryan, gib Gas, seit der Aria kommt. Ja. Ja. Was soll das denn heißen? Oh, hier fährt sie ja glaub ich nicht hin, ne? Das wird teuer. Oh, ich wurde geblitzt. Nein. Mein Akku ist schon wieder leer. Ja geil, wieder ein Gate-Wack. Ahahaha. Was sollst du lachen? Oh, nur noch 0,6 Kilometer. Oh nein. Oh nein. Ich komm hier grad nicht weg. Ich komm hier grad nicht weg. Ah, schön. Ich liebe das Spiel. Nein, lass dich doch hier in die Tür. Schön, dass du so bist. Du kommst ja auch nicht hin, also von daher bin ich eigentlich safe hier. Weißt du nicht? Doch, ich weiß das, weil überall Häuser stehen und Autos und dann kommst du nicht zu mir. Doch definitiv. Danke. Eine Fahrtarte bitte. Und wenn ich einen Umweg fahre? Ja. Ja. So schön. Das ist super. Das ist wirklich super. Ah, Dream Team. Ja, ist alles. Ja. 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 Das ist das erste Mal bei DVD auch wieder schon erkannt. Ja, stimmt. Der hat dir sofort alles gepasst. Ja. So blinken, so Speckers Ryan wieder. Ja. Natürlich. Ey, grade fahre ich echt gut. Na, ist doch schön. 0,3 Kilometer nur noch von hier fährt. Nein. Doch, ich bin in der Stadt. Nein. Ich bin in der Stadt. Nein. Doch, ich bin in der Stadt. Ich war gestern viel zu lange im alten Sogeberg. Nein. Doch. Nächster Halt, Zimmermannstor. Zimmermannstor. Oh nein, ich bin am Hauptbahnhof. Geh bitte weg. Haha, ich geh bitte weg. Ach, ich fahre einfach. Ich will hier meine Ryan noch sehen. Oh, da ist der andere Bus von uns. 0,2. Haha. Nein, ich seh nicht. Aber leider muss ich hier abbiegen. Aber ich hab's nicht gesehen. Ich hab's geschafft. Oh Gott. Oh, warum. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Ja, dann musst du die Hose aufmachen. Ja, deswegen mal mit eurer Christina hier in Ruhe. Nächster Halt. Christina, pack deine Schoki ein. Christina, sieh dir endlich etwas an. Christina da. Seine Schwester da. Seine Zwillingsschwester. Ich brauche eine Fahrkarte. Naja, Mapa. Ich mach die Tür auf, damit hier die Leute reinkommen. Während der Fahrt? Das war ja jetzt nicht während der Fahrt, glaub ich. Eventuell, während der Fahrt. Ja, schön kontrollieren, ne? Ach ja. Ja. Na klar. Die haben eh alle ein gültiges Fahrticket. Was? Ja, bitte. Na klar. Ja, sag ich ja. Alle ein gültiges Fahrticket. Was? Ach so. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Siehst du? Nächster Halt. Flüster wie. Oh nein. Oh, ich mach wieder nach Lido. Oh. Dann gibt's noch so eine andere Haltestelle, wo sie das Englisch aussprechen. Lido. Moment. 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 Huch. Ich bin in der falschen Spur. Ich bin in der falschen Spur, mein Junge. Hm? Ist sie gut? Oh, nur noch 0,3 Kilometer von mir entfernt. Aber da komm ich leider nicht hin. Ich muss jetzt hier im Kreisel fahren. Ich weiß auch nicht warum. War das eigentlich ein Geist? Ja, das war ein Geist. Oh, Kreisel. Die sind ganz böse. 2000 Minus. Ähm. Was? Also nicht Minus Minus, sondern ich hab grad Geld ausgegeben. Äh? Was hast du für Geld ausgegeben? Ich bin im Kreisel gegen... Oh. Ja, also Minus. Was? Ja, aber nicht, dass ich... Oh, ich hab grad nur 1740 plus. Ich soll besser fahren. Oh. Oh. Alter, hab ich da schon lesen. 5000 irgendwas, ey. Was ist schon wieder los? Hm. Ach, shit. Was? Ich glaube, ich probier mal Street Food. Geil. Street Food. Oh my god. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Ach ja, Hans mit seiner Zwillingsschwester schon wieder. Ja, das kenn ich schon. Ja. Das ist... Mann, ich will die Untersetzer nicht nehmen. Nicht? Nein, du bist 1,3 Kilometer von mir entfernt. Ich bin mal in der Stadt, also keine Ahnung wohin wirst. Nach Lidau. Siegweiden. Bringen die eine Wiederholung von der Serie? Ja, ich glaube. Aber in Bus-Simulator 21 geht's ja weiter. Ja. Ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Aber es gibt 5000 Folgen von der Serie. Ja, da, beim 21 weiß ich nicht. Da sind es wahrscheinlich 7000 Folgen. Serien, Alter. Ich brauche eine Fahrkarte. Mit deiner Reidenschaft, die von Serien. Danke. Was? Ich finde die schrecklich. Und deine Lacher? Ja. Wieso? Ich weiß nicht, ich finde die echt schrecklich. Ich bin meine auch schlimm. Nein, deine ist niedlich. Meine ist schrecklich. Nö. Weißt du, das ist wie so eine alte Hexe. Ähm. Okay. Wer von uns beiden hat nochmal Halloween Geburtstag? Wir beide? Nein, das glaube ich nicht. Wir beide, nur ich einen Monat vorher. Oh, das war knapp. Wir beide, nur ich einen Monat vorher. Merkst du immer, ne? Ja, was denn? Ich glaube, ich merke gar nichts mehr. Warum denn nicht? Ich habe schon wieder diese scheiß Ampel. Ich merke meinen Rücken bald nicht mehr. Ich merke meinen Rücken bald nicht mehr. Ist doch nicht so, dass wir seit sechseinhalb Stunden dieses Spiel sprechen. Oh, ist doch lustig. Der Chat wird sich auch unterhalten. Ja, der Chat denkt sich doch so, Alter, was haben wir genommen, ey? Ich glaube, die Hälfte vorm Chat ist sowieso nicht mehr wirklich anwesend. Die sind eher am Schlafen oder so. Brainer auf K. Mapa nur, oh ja. Ah, das ist schön, ey. Wirklich schön. Hier hat sich jemand ins Straßenschild umgefahren und diesmal war es nicht ich. Ja, ja. Er lag mitten auf der Straße, ich bin drüber gefahren. Ja, natürlich. Mapa war es gesehen. Ja, ja. Da schwebt einer in der Luft. Ja, ja. Klar. Ja, ist so. Aber du trinkt weniger, wenn du vor allem... Okay, ich trink mehr. Nein, weniger. Weniger Alkohol, mehr Wasser. Ja. Ist ein Bier drin. Ja. Wasser. Und Weizen. Ah ne, Weizen ist gar nicht drin. Gerste. Hopfen. Malz. Ne, Malz ist auch nicht drin, oder? Parken in Perfektion. Parken in Perfektion. Parken in Perfektion. Ich kann's halt. Die anderen machen's. Das ist einmal passiert, das ist einmal. Malz. Das ist jetzt öfter passiert, ja. Malz. Malz. Was ist das? Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge. Danke. Nein, da war ne Ziege am Ende der letzten Folge. Wie geil. Was hat die Ziege gemacht? Was hatte sie an? Sie ist Christina. Okay. Gut. Seine Zwillingsschwester ist also eine Ziege? Oh mein Gott. Dann ist es entweder sein Vater oder seine Mutter eine Ziege. Oh mein Gott. Das ist ein richtiger Plot-Twist. Vielleicht benimmt er sich auch einfach nur wie eine Ziege bei Weisstraßen. Oh, tut mir leid. Ich muss sie verleihen haben. Hier. Na klar, hier. Klar. Hier. Einfach sein. Bei Weisstraßenschild. Aha. Es gibt Beweise. Mappa hat sie. Fragt Mappa. Mappa hat Beweise. Für meine Unschuld. Schau. Das ist einfach schön. Wie in die Bus-Simulator haben sie gesagt. Es wird leicht sein, haben sie gesagt. Es ist leicht. Es wird entspannend sein, haben sie gesagt. Es ist entspannend. Was kam dabei raus? Ein Lachanfall. Ein reiner Lachanfall. Mit sechseinhalb Stunden. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Nein, du hast gestern Shampoo gekauft. Und wie ist es? Reiziert besser? Oh. 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 Mein Kissen in meinem Rücken lege. So ein Sterbiger. Du hast wenigstens so ein Kissen. Eine Fahrkarte. Ja. Ich habe ja auch so einen Gaming-Stuhl. Ich will ja auch. Ich will ja auch. Ja. Warum ist es so teuer? Nein, ich bin doch günstiger. Meiner war günstig. Boah. Ah, ich bin jetzt auf dem Rückweg. Bist du auch auf dem Rückweg? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wie viele Haltestellen du hier reingebollert hast. Boah. Äh. Du musst sieben haben. Ich habe eine mehr als du, meine ich. Ich habe... Ah, ne. Ich habe die mit sieben. Du hast die mit acht. Ich habe ja... Dingens. Shit. Acht Clips. Mapa will uns irgendwas damit sagen mit ihren Clips. Aber... Oh, du bist 2,4 Kilometer von mir entfernt. Ich glaube, das heißt langsam, dass sie Schluss machen sollten. Was? Wieso? Nein. Du willst dich von mir trennen? Nee. Mit dem Spiel für heute, meine ich. Was? Nein. Niemals. Okay. Das war einfach. Gibt's nicht mehr. Das war einfach. Nee, Schlaf. Was ist das? Kann man das essen? Nächster 24 Stunden Stream. Wieso? Oder 8 um 18. Ohne Witz. Das würde mir wahrscheinlich sogar passieren. Oh, das ist ganz spontan halt, ne? Ja. Ganz spontan halt. 24 Stunden Stream. Was kann mal passieren? Weißt du, wenn sie frisch und steht morgen auf und denkt sie so, what if sie immer noch dabei hat sie kein Leben? Nein. Was? Nur doch. Achso, ein Busfahrer. Hier ist die vier, bitte. Seit gestern. Ein Buch auf unseren Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. Ja. Mit einer Tabletop, nee, einer Tabledance Stangen in ihrem Bus. Tabletop. Herrlich. Lichter halten. Sie gewalten. Ledo. Ledo. Alter, davon krieg ich einfach mal von dem Ledo. Hier muss ich raus. Was? Äh, du bist nicht auf der Straße raus? Bist du bekloppt? Vergiss es. Ich lasse ich hier nicht raus. Wie weit bin ich jetzt? Oh, 8000. 8000. Oh. Wie bin ich hier hingekommen? Was stinkt denn hier so? Ähm. Ne Busfahrer ziehst du her. Ne Busfahrer ziehst du her. Ne Busfahrer ziehst schön, lalalalala. Da bin ich immer noch bei. Oh, ne, jetzt bin ich bei 6000. Entschuldigung. Hundfahrer 2.000 gekostet. Da ist das Straßenschild wieder. Oh, oh ne, das war ein Schlagloch Oh Gott So, ganz vorsichtig im Kreise Ganz vorsichtig Langsam Langsam und vorsichtig Langsam und vorsichtig Ach, geschafft! Oh nein, Unfälle im Kreise Tims Geburtstag gestern Abend Ich hätte da nicht bleiben sollen Ich hätte im Kreis verkehrt einen Unfall machen Das geht ganz einfach Ja, wie denn? Indem du so stark nach links drückst Ja, ich weiß, dass ich pünktlich bin Ich glaube, da gäbe jetzt eine Fußgängerbrücke Eine Fußgängerbrücke hätte es da, glaube ich, gegeben Ich hätte gar nicht da so an der Straße lang rennen müssen Ich glaube, das ist eine Fußgängerbrücke Nächster Halt, Zimmermanns Tor Oh, das war ein Schlagloch Nur noch 0,9 Kilo 0,8 Von dir entfernt Nein, Daria schafft das Ins Minus zu kommen oder im Plus zu bleiben Beides Beides geht nicht 0,6 Kilometer von der 0,5 Kilometer von der Nein, entfernt Oh Gott Was ist los? 0,4 Im Kreis in den Unfall zu wohnen Achso 0,3 Oh Gott Schon da rüber? Ja, ich bin bei einer roten Ampel rübergefahren Ich weiß Oh mein Gott, wir hätten jetzt die gleiche Erhaltestelle Oh mein Gott, oh mein Gott Ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen Ich muss mich beeilen Ich bin auch 0,1 Welche hast du denn jetzt? Äh, Zimmermanns Tor Und da das schon wieder am Blinken ist Da bin ich jetzt aber nicht Da fahre ich jetzt ganz so anders hin Ja, aber Wahrscheinlich musst du ja nochmal hin Ja, irgendwann Das ist doch ganz am Anfang bei mir Müsst du ja so lange da stehen bleiben oder was? Ja Kitty Cat Ja, wir haben dir doch mal die Augen auf Hallo Luna Oh, mein Aure Oh, er hat mir Shampoo gekauft Achso, das war auch bei dir Ja, ja Oh Gott Nein, 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 da war nicht drauf Wo ist meine Tasche? Ja, aber hab ich eigentlich so früh gebremst Oh Gott, ich hab den Oh jetzt Oh Gott, mein Dings fährt nicht mehr Oh jetzt fährt er Muss nicht blinken Mama, bitte helfen wir Ich hoffe doch, deine Mama kann dir nicht mehr helfen Mama, kannst du mal versuchen, oder? Nein, dann Zillermannstor. 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 Soll ich auf dich warten? Da kannst du lange warten. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Du bist 0,8 Kilometer von mir entfernt. Was machst du da hin? Zu meiner Hinsestelle fahren. Oh Gott, ich komm dir gleich gleich entgegen. Arbeitergasse. Vergiss nicht, du hast dir die Strecken zusammen gebaut. Ja. Danke. Ja. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Schön. Danke. Ich glaube, ich bin jetzt bei meiner letzten Haltestelle von einer Strecke. Nein. Hier muss ich raus. Nicht Winkelgasse, nein. Nicht Winkelgasse. Nächster Halt, Arbeitergasse. Arbeitergasse. Ich fahr aber einfach bei Rot, ne? Nein. Doch, bin ich gerade. Oh Gott. Hui. Das war aber knapp. Ach ja. Ich halte auch mal bei einer Roten ab. Es ist jetzt einfach mal schon 1.20 Uhr. Jo. Jo. Was willst du damit sagen? Noch viel zu früh. Ja, eben. Geil. Ohne Witz, wie kann man fast 7 Stunden lang ein Spiel spielen, was ein Simulator ist? Ey, das geht sogar länger. Ja. Wie gesagt, Euro Truck Simulator hat er dich, ne? Eine Strecke 3 Stunden. Können sie nochmal die Tür aufmachen? Ja, ich mach hier eine Ampel nochmal die Tür auf. Hier bitte. Ich hoffe, du wirst überfahren. Ohne Witz, ja gemein. Wenn die hier einfach in der Vodachei aufsteigt. Ding, ja. Hier oben weg ist er. Ne, nicht von mir. Ne, hab ich auch nicht gesagt. Ich glaube, ich bin gleich am Ende meiner Reise. Nächster Halt. Wischgrund. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Ja, gerne. Ich bin gerne pünktlich. Tschüss. Ciao. Keiner mehr im Bus. Wie viel hast du jetzt insgesamt verdient? 7000. Also 7000 was? 7.720. Geld. Und du? Ja, bei mir waren es gerade auch 7000. Dann kam da ein Zaun. Weil ich nicht mehr Geld habe. gemacht. Welche Menü war. Du hast gesagt, dass wie viel es ist. Also. Auf einmal höre ich nur so ditteldeldeldeldel. Kann ja mal passieren, dass man online spielt, okay? Es ist noch früh. Es ist noch früh. Ja, jetzt tatsächlich. Ja, jetzt noch ist es früh. Oh, schön, eh. Wirklich. nur schön. 6 Uhr morgens, wir sitzen hier immer noch. Ich sehe es schon kommen. Ja, ich auch. Das wäre eigentlich nicht so gesund, ne? Ach was, nächster 24er. Komm, den 12 Stunden Stream kriegen wir voll. Ja. Was denn? Herrlich. Ich meine, hättest du nicht so einfach mal spontan beendet? Wurde da unten schon ein bisschen mehr stehen. Ja, ich wusste ja nicht, dass das der Short kannte. Ich dachte einfach nur so, huch, okay. Du hast da ein Streambandet, äh, was? So stupid. Also so gut. Und das Schlimmste ist, wir haben so nicht mal live, weil ich ja nicht online war. Der Moment. Ach. Meine Schande. Ja, schon. Ich muss mir jetzt einfach merken, ich muss jetzt auch immer streamen, damit wir solche Momente einfach mal festhalten können. Oh ja. Nee. Oh ja. Oder einfach über OBS aufnehmen. Oh Gott. Ich bin sogar mal langsam über eine Bodenwelle gefahren. Ja, was ist denn hier los? Ja, ich bin jetzt gut geworden. Ist es nicht besser? Hä? Nee, gut. Vorher war ich wieder ein böses Frötchen. Oh, meine letzte alte Stelle. Oh, komm. Ich bin mal vor dir fertig. Oh mein Gott. Ja, keine Ahnung, was du mir so schrickst gegeben hast, Alter. Oh nein, da ist wieder so ein Zwo. Oh,' cool. Oh. Oh. Bis zum nächsten Mal.